Ja, wie gesagt, wenn du das eh mal gefressen hast, ist das eigentlich auch keine große Texenlack mehr, da musst du bloß eh mal verstehen. Easy peasy, sagt die Jugend heutzutage. Das hat man ja gerade, das kann ich leider nicht mithalten. Passt das denn etwa, dann kannst du mal loslassen und dann müssen wir durch die Ösen da durch. Nee, aber nicht die da unten, da bist du nicht durch. Ach hier, da ist Ola rein. Ist das nur eine oder? Nee, das sind zwei. Aber wenn das Cutseil noch locker ist, kriegst du das locker da durch. Ja, du musst jetzt mal kickeln. Wo die jetzt hier offen ist. Weil so easy peasy ist es jetzt ja nicht mehr. Zeig mal. Also der vordere hier, denk ich mal. Ist der denn schon durch? Ey, kannst du mal kurz... Lass mich mal gucken da unten. Ich muss mir das mal angucken. Ich würde jetzt gerne einen Cutskorb gehen, weil ich glaube von da sieht man das besser. Ja, mach mal. Ja, warte mal kurz, ich will hier nicht runterrammeln. Runterrammeln? So, da haben wir die Öffnung. Warte mal Christian, kriegst du das nicht runtergebogen. Warte, 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 warte. Jetzt ist es wieder scheiße. Warte, 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 warte. Jetzt ist es wieder scheiße. Ja, grad noch weiter runter. Stopp. Bisschen runter. Bisschen hoch. So, jetzt. Gut. Easy peasy. Ja, jetzt sitzt er. Wenn du jetzt das Ende hier, den du fest hast, ziehst du das natürlich so einfach durch. Ja. Hast du wirklich vorbildlich gemacht, ja? So, jetzt gehst du auf die Trommel rauf. Ja, hab schon alles vorbereitet. Und ich nehm das vordere Katzei und los dann los. Unter der Katze durch, unter der Strebe. Ja. Und dann geht es einmal um das... Warte mal, hier rum oder hier? Da, genau da. Da sind auch so ne Dinger unten drunter. Nee, nee. Wieder raus. Auf der Seite. Genau. Da brauchst du eigentlich noch nicht durchgehen. Brauchst du noch nicht durchgehen. Warte, warte, warte. Und jetzt drückst du mir das Ende jetzt hier einfach in der Hand. Hier. Christian, das kann ich. Gut. Dann lass mal los. So. Easy, easy. Gut. So möge die Action starten. Äh, tata. Und Gute gelingen, wünsch ich dir. Ja. Aber jetzt sind die Umzeigen gerade. Nee. Okay. Die erste hätte ich schon mal geschafft. Ja. Ich hab mich umgehängt, ja? Ja. Auch das hast du mir gemacht. Auch das hast du mir gemacht. Ja. 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 Du bist bist. Ja. Die Đây ist deutlicher. may quoi Mode angehen? Oder wird eingereifiqué? Untertitelung des ZDF, 2020 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 immer ein wechsel hast du dir jetzt schon mal halbwegs fest aber dann erst mal ein bisschen ziehen hier ich meine kleinen dünnen armen sehr viel gefühl drin ist das sieht schon mal gut aus ein bisschen druck von vorn haben wir auch alter ich glaube ich stürt gerade die schauberkraft wenn du die monsteine festhält dann wird alles gut ich lasse das gleich runter geil oder jetzt könnten wir die pisi nach vorne könntest du wir könnten doch anders machen könntest du dich da hinstellen und die katze ein bisschen nach vorne schieben und ich mache das alleine wenn du das hinkrieß ich krieg das hin weil einfach nur gegen halten dass das so bleibt einfach mal dagegen gut, 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 reicht schon ok, weiter eins soll ich noch ein bisschen vorschieben? nee zwei wenn ich mache mal vier ist, oh gut drei umso weniger haben wir nach auf der spanntrommel drauf warte, ich schieb noch ein bisschen vor wird, wird, reicht, reicht, reicht scheiße scheiße, das war zu viel jetzt haben wir einen Knoten hier drin nichts machen jetzt, ja? ja sieht aber ja nicht so verkehrt aus, guck wie viel haben wir jetzt? ja so 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 dann mal hier runter genau den fucking splint raus nee brauchst du nicht der muss rein kann das hier ganz locker drehen das ist nicht ach so meinst du ja dann schnapp dir mal 46 los ja noch nicht ansetzen dann setzen wir an mit dem 46 und dann gucken wir mal hast du schon ein bisschen druck drauf da war ein bisschen das war die ansprache dann müsste ich hier mal vom katz aufstehen das sieht ja schon mal gut aus schon ist schon richtig ordentlich oder war noch ein und dann schicken wir mal geht das ja das lassen wir erst mal dann können wir jetzt versuchen mal die katze zu fahren und gucken was passiert nicht nur nicht nur nicht nur nicht nur nicht nur es